Guten Morgen, ich bin heute in Thürnitz weggefahren. Die Strecke führt auf die Thürnitzer Hütte. Ich würde die Hütte tragen müssen, 200 Höhenmeter, ungefähr ein Kilometer, oder eineinhalb Kilometer lang. Soll nicht so tragisch sein. Wetter ist super, 21 Grad, noch kaum ein Wind. Der Wind sollte aber zunehmen, sie haben einen ziemlichen Sturm angesagt. Ich hoffe, der wird erst am Nachmittag kommen, wenn ich vielleicht schon wieder Richtung Otto unterwegs bin. Ich freue mich auf eine schöne Tour, mal schauen, was kommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.